So, heute mal die ersten bewegten Bilder von unseren vorweihnachtlichen Neuankömmlingen. Ja, wir sind am 10. und 11. geboren. Es war ein Wurf, aber das ging über Mitternacht, die Geburt. Wir haben vier Buben und wir sind jetzt langsam dabei, uns selbstständig voran zu bewegen. So, nur dass ihr die putzigen Meiser auch mal Bewegung gesehen habt. Damit reingeht. then forum 1. 2. 3. Untertitelung des ZDF, 2020